Los geht's! Was geht ab? Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu den Cable Cards. Das wird richtig cool. Das ist wie eine Seilbahn, die über La Paz fährt. Und die wurde von einem Österreicher gebaut. Die Stadt hier ist echt cool. Ich habe mir heute insgesamt für 4 Euro Wasseressen gekauft und ungefähr 20.000 Kalorien gefühlt. Ich haue euch jetzt noch ein paar Impressionen raus. Denn heute ist mein letzter Abend. Und dann geht's morgen nach Ibiza. Ibiza! Bis zum nächsten Mal! end chor Bis zum nächsten Mal. 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 Hey, Luca, sei mal heiß in meinem Vlog. Das ist wieder das Highlight. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich stehe. Bis zum nächsten Mal. Oh, da kommt der Apple aus dem Wasser. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, shit. Oh, shit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.